Herzlich Willkommen an die Freunde zum neuen Trading Video auf meinem Kanal, ich zeige euch heute hier wie ihr eure Coins perfekt investieren könnt, wenn es euch natürlich gefällt, sehr sehr gerne einen Daumen hoch geben, wenn du auch so viele Coins machen willst wie ich, lasst dir sehr gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, starten wir rein, ab geht's. Ja Freunde und wenn ihr noch exklusive Trading Tipps direkt aufs Handy wollt, kommt gerne in meinen Top 100 Trading Discord, wo ihr die Tipps vorab bekommt und natürlich auch so die Tipps bekommt. Wer da Interesse hat und fragt, Onkel, wie komme ich in deinen Top 100 Trading Discord, ist relativ einfach, ihr könnt hier kostenlos beitreten, wenn ihr Twitch Prime habt, müsst ihr das einfach bei mir am Twitch Kanal einlösen, Twitch mit Discord dann verbinden und dann könnt ihr hier kostenlos reinscheunen. Ihr seht zum Beispiel der Finn, ich hatte ja empfohlen in Bellingham zu investieren, er hat die sehr sehr gut UV verkauft, ich habe die für 3.500 empfohlen all in zu gehen, er hat hier 2.000 pro Karte gemacht, schmeckt auf jeden Fall, wenn du sowas auch nicht verpassen willst, folge hier auf jeden Fall oder komm auf jeden Fall in meinen Top 100 Trading Discord, da passt du sowas auf jeden Fall, auf keinen Fall und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu heutige Video rein, ab geht's. Und wenn du noch auf der Suche bist nach PSN, Karten, Spielen oder sonstiges für deine Konsole, schaust du sie gerne bei meinem Partner Eneba vorbei, erster Link der Videobeschreibung, gönn dir und wir starten jetzt. So Freunde, dann würde ich sagen, bevor wir mit den Investitionen starten, hole ich hier meinen Rivals Rewards ab, ich bin ja jetzt Elite Division, wir bekommen hier einen Player Pick, ja Controller ist auch leer, ist völlig egal, wir werden hier, wir bekommen hier, ja, 250er und 200er Untausch, weil die werde ich erst vom morgigen Event öffnen, ja hier bekommst du glaube ich noch ein paar Coins, wenn mich nicht alles täuscht, ja 40k brauchen wir nicht, wir haben eh genug Münzen. Wir nehmen hier immer Untrade, 250er, 200er, jede Woche schmeckt auf jeden Fall, da kriegst du einiges an SPC Futter, was man gut gebrauchen kann, das nehme ich auf jeden Fall mit, vielleicht kriegen wir jetzt hier Neymar, MAP oder den Belay in Rot, wäre auf jeden Fall schmackhaft. Wir nehmen hier auf jeden Fall die goldene Mitte mit und dann hoffe ich, dass wir hier was gescheites ziehen werden, das ist auf jeden Fall ein Krampf gewesen, da hinzukommen. Gucken wir mal, ob die jetzt was gönnen in diesem Player Pick, wenn ihr den gehabt habt, schreibt gerne in die Kommentare, ja, was ihr gezogen habt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was wir Schönes bekommen, komm High Rating. Ach du heilige, jo. Das hat sich auf jeden Fall rentiert, boah, das war ein Griff ins Klo, also das war ja eine Verarschung, das ist Kracht. Pah, aber egal, das ist bis jetzt eh noch nichts Brauchbares in Rot bekommen, was man spielen konnte, außer Korea, die anderen alle unspielbar gefüllt. Ich zeige euch jetzt, was ihr investieren könnt und dann gehen wir natürlich wieder auf die Top-Partien und man muss sagen, ihr müsst die Karten snipen, alles aktuell sehr, sehr teuer. Wir haben einmal hier Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, also ihr seht hier, bis 400 könnt ihr hier wirklich jede Karte holen. Es gibt jetzt hier nur diesen Bronze-Spieler, ja, der wahrscheinlich auch 600, 700 eigentlich kostet. Ihr müsst die Goldspieler snipen, also wer die Goldspieler haben möchte, muss hier snipen. Den hätte man hier sogar eigentlich mitnehmen können, glaube ich, gucken wir mal kurz. Ja, versucht die hier für 450 maximal zu snipen, die Goldspieler von Dortmund, genauso wie Frankfurt. Die sollten durch die Rewards jetzt natürlich vermehrt auf den Markt kommen. Ja, Frankfurt ist sogar ein bisschen billiger. Ja, kriegst du wahrscheinlich sogar für 450. Ja, guckt, dass ihr die für 400 bekommt. Hier 400, 450, da machst du nichts verkehrt. Die kannst du schon mitnehmen oder hier die Bronze-Spieler versuchen für 200 zu erbieten. Nehmt euch die gerne mit. Natürlich könnt ihr wieder auch Innenverteidiger aus jedem der Top-5-Ligen mitnehmen für 350, 400. Machst du hier ähnlich verkehrt, also die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Dann haben wir das nächste Duell aus der Ligue 1. Da haben wir auf jeden Fall Lille gegen Lyon am Start. Auch meiner Meinung nach eine gute Partie. Kostet auch nichts. Also die bekommst du sogar für 450. 400 erboten wahrscheinlich. Ja, könnt ihr noch ein bisschen reingehen. 400. Dann wird der hier sogar sehr, sehr sympathische 79er Rating. Da machst du wirklich gar nichts verkehrt. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, Freunde. Da machst du wirklich null verkehrt. Und dasselbe mit Lyon. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt was haben für 450. Und die haben sogar einiges für 450. Hier gibt es auf jeden Fall den Brasilianer. Boateng gibt es. Boateng ist sehr interessant. Weil er ist natürlich, könntest du theoretisch in die Bundesliga-SBC einbauen. Deutscher Innenverteidiger. Und natürlich in die Frankreich-SBC, wenn beides kommt. Könnte der sehr, sehr lukrativ sein für 450. Der hier auch sehr, sehr gut für 450. Also ihr könnt die auch alle erbieten. Bis 450 macht es von hier nichts verkehrt. Und gönnt euch diese Spieler. Dann haben wir noch das spanische Duell. Da haben wir Real Sociedad gegen Betis Sevilla. Gucken wir auch kurz, wo die sind. Hier einmal Betis. Kriegt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr ein bisschen snipe-deep Karten für 400, 450. Bronzekarten würde ich jetzt für so teures Geld nicht kaufen. Ich würde die Bronzespieler maximal immer für 200, 300 kaufen. Mehr würde ich nicht zahlen. Wir brauchen noch Real Sociedad. Wo sind die denn? Müssen ganz hinten eigentlich sein. Hier Real Sociedad. Ja, versucht ihr dann auch zu bekommen. Für bis 450. Ihr seht ja, die meisten bieten da 450 drauf. Das ist auch so der Preis, den ich empfehlen würde zu zahlen für die ganzen Karten. Also wer hier dann noch ein bisschen snipen möchte, kann das auf jeden Fall versuchen. Könnt auch versuchen, die natürlich für 400 zu bekommen. Ist natürlich ein bisschen schwerer. Aber damit sollst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Dann haben wir noch zwei Partien aus etwas kleineren Ligen. Da muss ich kurz die Ligen suchen. Da haben wir nämlich einmal die griechische Liga. Da spielt einmal Athen gegen Paokar. Das ist auf jeden Fall ein Derby. Könnte sein, dass das kommt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die nicht sagen, gib einen davon aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, gib einen aus der griechischen Liga ab. Und ihr seht, guck mal, wie wenig es hier gibt. Also es gibt hier echt wenig Karten. Ich würde euch empfehlen, einfach hier jede Karte mal mitzunehmen für 150. Ihr seht, die kosten schon 500. Im Discord-Konto habe ich die gestern schon empfohlen, für 150 zu erbieten. Da konntest du die wirklich noch problemlos für 150 erbieten. Ihr müsst das jetzt testen. Zur Not bietet auch ruhig 200 auf die Karten. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du hier 150 bietest, auf die seltenen, ein bisschen mehr, 300, 350. Dass du die hier noch kriegst, wenn du die hier für 150 mitnimmst, machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Wenn du doppelt kaufst, kannst du natürlich direkt wieder für 400 reinstellen. Daher sollten die weggehen. Brauchst du Spieler, würde ich hier nicht kaufen. Und dasselbe könnt ihr mit der Schweizer Liga machen. Nämlich in der Schweizer Liga spielt Basel gegen Bern auch ein sehr, sehr gutes Duell, wenn ich jetzt hier die Schweizer Liga finden würde. Hier oben ist sie. Da könnt ihr natürlich gucken, da würde ich auch Silberspieler bis 150 einkaufen. Hier könnt ihr natürlich auch gucken, ob es was von Basel oder Bern für 150 gibt. Und hier seht ihr, hier gibt es auch was für 150. Und für 150 hast du kein Risiko. Also, selbst wenn das nicht kommt, du kannst die Karten easy, problemlos wieder für 200, 300 wieder weghauen. Siehst du auch hier bei Bern gibt es auch nichts für 400 Gescheites. So eine Karte, gucken wir mal, 500. Ja, die kosten ungefähr 500. Da machst du nichts verkehrt, wenn du diese Karten dir gönnst für 150. Ja, Basel genauso. Da kriegst du auch die ersten Karten ab 500. Guckst du, dass du die Karten dir für 150, 200 erbietest. Da machst du wirklich gar nichts verkehrt. Genauso wie, dass ihr natürlich hier die komplette Liga einkaufen könnt für 150. Okay, ihr seht auch hier, die Schweizer Liga geht erst ab 400 los. Also, ihr kriegt jeden Silberspieler aus der Schweizer Liga mal mindestens für 400 weg. Eigentlich sogar noch ein Trading-Tipp hier inklusive. Kannst hier jede Karte eigentlich 150 spielen, direkt für 400 reinstellen. Also, das ist auf jeden Fall super. Es gibt hier halt nur so viele Karten. Wenn da 10 Leute durchbieten, sagen wir mal, 10 Leute bieten 10 Karten, dann bist du schnell mal ganz hinten und bei der 50. Minute. Das ist halt das Ding. Es gibt hier nicht so viele Karten. Das ist halt hier der Nachteil. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall Ladung Karten einkaufen für den Preis. Ihr habt kein Risiko. Und das suche ich euch ja immer raus. So Methoden, wo ihr kein Risiko habt, das ist ja perfekt. Und die Möglichkeit, dass diese Karten theoretisch auf 1K gehen, ist ja sehr, sehr hoch. Weil es gibt nicht so viele Karten von denen auf dem Markt. Ihr seht das ja selber. Die sind ja jetzt schon bei 400. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall problemlos reingehen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mit dem heutigen Investing-Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Kommen heute Abend sehr, sehr gerne beim Twitch-Livestream vorbei. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag aus Rhein. Ciao, ciao.